Mein Name ist Fritz Felgentreu. Seit über 20 Jahren bin ich hier in Neukölln politisch aktiv. Hier ist der Dreh- und Angelpunkt meiner Politik. Seit 2013 vertrete ich die Menschen aus unserem Bezirk als direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Neukölln ist in aller Munde. Für die einen sind wir Kult, das moderne, hippe Berlin. Für die anderen sind wir das Negativbeispiel, der Problembezirk, geprägt von Armut, Arbeitslosigkeit und Bildungsfernung. Für uns ist Neukölln vor allem unser Zuhause. Hier finden wir Freiräume, Nachbarschaft, städtisches Leben. Hier fühlen wir uns wohl. Hier gestalten wir mit. Wer genau hinschaut, entdeckt die hohe Lebensqualität Neuköllns. Die alten Dorfkerne laden ein zum Bummeln, große Parks bieten Entspannung und beim Britzer Mühlenfest kommen groß und klein auf ihre Kosten. Aber Neukölln ist keine Idylle. Wir leben in einer Großstadt mit großen Aufgaben. Hier bei uns entscheidet sich die Zukunft der Einwanderungsgesellschaft. Mir ist wichtig, dass bei uns alle ihren Platz finden. Unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Lebensweise. Ein buntes Neukölln ist lebenswert, wenn sich alle an Regeln und Verbindlichkeiten halten. So kann Neukölln Vorbild für das ganze Land sein. Ich setze mich dafür ein, dass vor allem unsere Jugend eine Chance zu einem unabhängigen, selbstbestimmten Leben hat. Dafür brauchen wir einen starken Staat, gute Verwaltung, erstklassige Kitas und Schulen. Am 24. September sind die Bundestagswahlen. Meine Erfahrung und meine Kraft werde ich weiter für ein Neukölln einsetzen, das sich seiner Stärken bewusst ist und sich seinen Aufgaben stellt. Mit Mut und Realismus können wir viel bewegen. Bitte gehen Sie zur Wahl und ich bitte Sie um Ihre Stimme für die SPD, damit ich meine Arbeit fortsetzen kann.